Ne, ne, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt muss der Adolf auch noch für einen Aufmacher herhalten. Ich verstehe es nicht, wo gerade das mit dem Gutmensch im Umlauf ist für Unwort, ne? Aber da ist der ja wohl nicht mit gemeint gewesen. Und wir haben da andere Sorgen gehabt. Jetzt sind wir gerade mitten im ersten Monat von 2016. Und was ist alt passiert, ne? Ich sage nur mal, von Kölle, gut, das ist jetzt schon langsam eine alte Schlagzeile. Aber ganz aktuell und furchtbar, was in der Türkei ist, ne, gewesen ist in Istanbul. Furchtbar, ne? Aber gut, das ist eben die Welt heutzutage, es knallt überall. Da kannst du einfach ja nicht mehr richtig wahrhaben wollen, ne? Und jetzt haben sie auch darüber nachgedacht, dass die Schweigewühmkultur wie in die ausländische Kriminalität auch nicht richtig ist. Überhaupt ist Kriminalität nicht richtig, finde ich, ne? Stimmt aber, was ich sage. Naja, gut, ich habe alles mögliche gelesen. Ich bin da ganz aufgeregt. Jetzt wollen sie Cannabis-frei geben, bei uns hier. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und die Bauern? Für die ist das eine Einkommensquelle vielleicht. Auf die grüne Woche haben die ja ein bisschen Rabatz gemacht. Die wollen anders produzieren. Aber satt werden wollen die Menschen auch, ne? Und im Weltraum fliegt Schrott da rum. Jede Menge Schrott fliegt da rum. Ich weiß es nicht. So, der Klopp hoch, das ist jetzt eine sportliche Sache. Ist in Liverpool auch nicht gut. Im Schuss auch hin und wieder gewinnt, dann verliert er. Ich weiß es nicht. Und der Chinese, ne? Der Chinese, ich weiß es nicht. Der soll auch nicht mehr gut drauf sein. Und jetzt hat man Winter-Politür. Hoffentlich kommt die Kälte nicht ins Soziale rein. Naja, weiter gucken. Ja, jetzt gucke ich noch schöne Bilder. Gibt hier immer wieder schöne Anregungen für alle möglichen Themen. Sind ja viele in der Zeitung drin, ja. Gerade Sonntags hier, der Dicke, ne? Jo, und dann gucke ich schon mal kurz auf die Börse. Aber ist nicht so ganz mein Thema. Jetzt kommt noch das Kreuzvertretsel. Und dann war das Mittelwelt am Sonntag erstmal hier, ne? Vielleicht nächste Woche weiter. Und tschüss.